Sogar den sieben Zwergen hat die Bürokratie zugesetzt. Hierzu der Physiker Andreas Schott. Der Physiker Andreas Schott, er arbeitet sonst im Max-Planck-Institut in Garching, zeigte uns anhand der Legende von den sieben Zwergen, was passieren kann, wenn die Bürokratie überhand nimmt. Es waren einmal sieben Zwerge, die lebten in Frieden hinter den sieben Bergen. Doch eines Tages begann einer von ihnen die Goldklumpen zu zählen, die sie aus dem Bergwerk schleppten. Und weil er so mit Zählen beschäftigt war, schufteten die anderen für ihn mit. Bald nahm ihn seine neue Arbeit derart in Anspruch, dass er die Hacke beiseite legte. Es dauerte nicht lange und der Controller forderte die Zwerge auf, sie mögen ihm ihre Arbeit beweisen, indem sie im Zeugnis auf Papier ablegten. Und weil er nicht verstehen konnte, warum die Menge schwankte, so berefe einen unter ihnen die anderen zu führen. Der neue Aufseher nannte sich Manager und legte seine Schaufel nieder. Nach kurzer Zeit arbeiteten also nur noch fünf von ihnen. Die Stimmung unter den Zwergen sank, aber was sollten sie tun? Als der Manager von ihren Wehklagen hörte, dachte er lange und angestrengt nach und erfand Teamarbeit und Terrorismus. Als der Manager sah, dass es immer noch schlecht bestellt war um seine Kollegen, bestellte er einen unter ihnen zum Gruppenführer, damit er die anderen ermutigte. So arbeiteten nur noch vier. Zur Erfüllung neuer gesetzlicher Auflagen wurde ein Betriebsrat ins Leben gerufen. Außerdem trafen Manager, Controller, Gruppenführer und Betriebsratsvorsitzender sich oft mit vielen anderen Managern, Kontrollern, Gruppenführern, Betriebsräten und Unternehmensberatern, um zu lernen, wie sie die anderen zu besserer Arbeit anleiten könnten. Eine Fülle von neuen Begriffen prasselte auf die armen sieben Zwerge und die armen Managerzwerge herab. Es entstand der Anglizismus. Eines Tages kam es zum offenen Streit. Der Manager erschrak und versprach den Zwergen neue Kollegen anzuwerben, die ihnen helfen sollten. Der Manager organisierte die Leiharbeit. Also kamen neue Zwerge. Um deren Arbeit zu organisieren, er nannte der Manager, der sich von nun an Geschäftsführer nannte, einen Human Resource Manager. Da verständlicherweise die Arbeitsqualität stark nachgelassen hatte, wurde durch den Geschäftsführer ein Qualitätsmanager eingesetzt. Die zwei Zwerge, die noch arbeiteten, erbrachten ihr Tagewerk mehr schlecht als recht. Als sich die Manager und der Controller ratlos zeigten, beauftragten sie schließlich einen Unternehmensberater. Der erklärte den verdutzten Managern, die Gründe für die schlechte Leistung sei darin zu suchen, dass die letzten beiden im Bergwerk verbliebenen Zwerge ihre Schaufeln falsch hielten. Als vorgeschlagene Lösung wurde die Disposition ins Leben gerufen, als ein Disponent ernannt. Dann kassierte der Unternehmensberater eine ganze Lore Gold und verschwand so schnell, wie er erschienen war. So arbeitete nur noch ein letzter Zwerg in den Minen. Der lernte eines Tages schnell Wittchen kennen und verliebte sich. Das Bergwerk verfiel. Manager, Gruppenführer und Controller fanden sich mit großzügigen Summen gegenseitig ab und verschwanden auf Nimmerwiedersehen. Der Stempelmänner-Song, den wir jetzt gleich hören werden, gibt uns Aufschluss über das Innenleben einer bürokratischen Gesellschaft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Schicht in den eigentlichen Jahren und knapp der Rallye Stgemetz Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Und hier unser Gast, Professor Dorsch, der Leiter der Tagung. Herr Professor Dorsch, haben Sie denn schon irgendwelche Ergebnisse? Wir haben wirklich schon viel erreicht, muss man sagen. Und wir werden sicher bald noch mehr berichten können. Für heute möchte ich Ihnen nur mitteilen, dass wir einen Antibürokratie-Schutzbund gegründet haben, mit mir als kommissarischem Leiter, der Frau Dr. Pritschkling als erster stellvertretender Vorsitzender, der Frau Dr. Kuber als zweiter stellvertretenden Vorsitzenden, dem Herrn Dr. Schmidt als zuständig für Wissenschaftsarbeit, Herr Dr. Schott als Assistent von Dr. Schmidt dann dem Fräulein Passt für Geschichtserforschung. Vielen Dank, Herr Professor Dorsch, für Ihren interessanten Bericht. Ja, danke. Ja, also bis zum nächsten Mal. Danke. Schönen Abend.